Willkommen! Servus Leute, schön, dass ihr einstaltet zu einer weiteren Folge von Forzolis. Ja Leute, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben in der letzten Folge. Ja, haben wir halt diesen Notruf von Forzolis bekommen, sind dorthin. Es ist ein langsames Spiel, man merkt schon, aber die Stimmung ist geil. Und ich werde mich weiter darauf einlassen. Und wir haben noch nicht wirklich viel rausgefunden, deswegen gehen wir direkt rein. Auf geht's. Ach ja, und sollte euch das gefallen hier, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ich habe nichts dagegen und ein Abo, würde mich auch freuen. Also, jetzt aber. Okay, da sind wir. Wir sind genau da, wo wir aufgehört haben. Ist ja perfekt. Wir haben uns diese Akte, glaube ich, noch angeguckt. Ne, die hatten wir vorher schon angeguckt. Also deswegen egal. Äh, das sind diese medizinischen Berichten. Okay, dann gucken wir weiter. Ich denke, wir sind kurz dafür, irgendwas Entscheidendes zu entdecken. Auf jeden Fall. Wir haben noch überhaupt keinen Plan, was hier eigentlich los ist. Das hier geht nicht auf. Hm. Okay, ich sehe schon. Weil es ja rot ist. Okay, das heißt, wir gehen wohl dahinter. Okay. Nee, das war nur die Tür hier. Hier kommt man rein. Wir haben auch eine Level 1 Karte. Was ist das hier, bevor ich da reingehe? Auch Level 1. Das hier. Alles Level 1. Ja, okay. Gehen wir die Tür mal ab. Number 1. Was haben wir hier? Okay. 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 Das ist nur ein Moment des Ausruhens offensichtlich. Aber da liegt was, haben wir ja gesehen. Das scheint wohl wichtig zu sein. Bitte dreh dich nicht um. Danke. Okay. Was ist das? Ein Lock? Nee, es ist eine weitere Sicherheitskarte. Es ist ein Lock. Danke. 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 Hm. Ich verstehe. Die hatten nicht so viel Kontakt halt, ne? Das wurde ihnen anscheinend nicht erlaubt. Naja, mal sehen, was wir noch rausfinden. Okay, nächstes Zimmer. Das ist schon weird, ne? Hier ist gar keiner. Gar keiner. Überhaupt nicht. Weißt du was? Oh. Das sieht nicht gut aus hier. Das sieht irgendwie, naja, schon sehr geronnen aus. Ziemlich viel Blut. Oh. Alles klar. Also, hm. I found Officer Taylors SIA. He's not in it. If he was in it, then I would have found Officer Taylors. Why would he take it off? I think, maybe he was injured. The blood on this suit matches the waiting room. Okay. Do one, if I go to sleep and we just call the search over. It doesn't feel right. Agreed. Ja, allerdings. Aber das ist uns ja eh schon klar. Heilige Scheiße. Aber da war noch etwas. Was ist das? Wieder ein Lock? Wahrscheinlich. Komm, nimm es raus, man. Man muss es extra bestätigen. Was ist das? Was ist das? Das ist so ein Teufel. Ja, ist klar. Was läuft da? Tja, und dann sehen wir, was passiert ist. Der hatte diesen Nick konfrontiert und jetzt ist da ein blutiger Anzug. Hier scheint wohl nichts mehr zu sein, nächster Raum also dann. Was haben die also getrieben hier? Noch ist es nicht klar. Hat das irgendwas mit den Pflanzen zu tun? Hm. Schwer zu sagen. Na gut, hier ist schon wieder so eine Pflanze. Ja, die sieht aber ziemlich gewöhnlich aus, oder? Rachel. Rachel. What? Was? Halleluja. Okay, gucken wir an den PC. Wieder mein Drucker. Notstrom, okay. Kantine besprechen. Irgendwie. Ja, schon wieder was mit Pflanzenproben. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas ist. Hm. Ich will nicht alles genau durchlesen. Das dauert viel zu lange. Okay, hier ist halt wieder was. Kennen wir das schon? Glauben nicht. Ich hab endlich mit Chris und den Mädchen gesprochen. Das war gut. Ah, okay. Kontakt zu seiner Familie gehabt. Die chirischen acted. Sie lieben. Ich wollte einfach das einfach an. Ich bin wirklich glücklich, dass zurück nach dem Steg nach dem Steg. Ich weiß, dass diese medische Länge guteverhutyange험 곧 stoodst, und diejenigen, dass man zum Beispiel das einfacher zu unterstützen, ich möchte wissen, dass ich als Medikatorin bin, in theory in einem Geheimdiensten behaupte. Hm, ich verstehe. Ich bin ziemlich am Ende. Das ist die Pflanze. Hm, das ist auch der Computer hier von ihr, oder? Oder, oder, oder? Weil hier ist noch eine Nachricht. Die Situation an der Sitz-Exposure ist eine große Herausforderung. Mhm. Ich habe mich über die Aufmerksamkeit über die Aufmerksamkeit über die Aufmerksamkeit. Heute... Heute war es nicht gut. Eine von Nick´s staffe wurde ausgerüstet, nach der Extremes Dehydratation von T. Aber wir haben ihn gedauert. und seine Hände würde nicht stoppen schlafen. Und nach dem Patienten vomiteden Blut wurde er zum Centerpoint für weitere Träte. Und dann? Die Gehörer? Zu spät! Entsprechend hat das Risiko gepostet. Was ist hier eigentlich los? Und ich muss wissen, was es ist. Leute werden krank, meistens unter Strahlenbelastung. Tja, du bist doch selbst Opfer. Shit. Tja, mehr gibt es hier wohl nicht. Ich sehe auch nicht mehr hier. Ist ja eigentlich ganz cool gemacht, ne? Dass es so leuchtet, wenn du da in der Nähe bist. Und dann siehst du schon, was du untersuchen kannst. Okay. Was haben wir hier? Was geht hier vor? Was ist hier drin? Biohazard. Was sind das für Abfälle? Pflanzen? 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 Hä, was passiert hier? Ich weiß nicht, wo das geht. Wollen wir hin? Nö. Er merkt es nur an. Komisch, dann sind wir jetzt in der Sackgasse gelandet. Wir können hier nichts mehr machen. Ist ja eigenartig. Okay, wo müssen wir denn dann hin? Also laut Karte können wir hier nichts mehr tun. Also wir waren in diesem Abteil. Die anderen kleinen Abteile lassen sich nicht öffnen. Durchsuche die Krankenstation steht aber hier weiterhin. Irgendwas ist hier noch. Irgendwas ist hier noch. Irgendwas haben wir übersehen. Flucht. Ich muss mich umschauen, Leute. Irgendwas habe ich übersehen. Geh nochmal zum Computer dahinter. Irgendwas können wir bestimmt öffnen. Das habe ich nur nicht genau überprüft. Dummi. So, Moment. Jetzt also den Computer wieder. Ich habe das hier nicht gemacht. Genau, wir können die Krankenstation eröffnen. nur einen Weg herausfinden. Okay. Jesus Scheiß, Alter. Es ist so beunruhigend, dass irgendwie nichts passiert. Man sieht Spuren, man sieht Blutflecken hier auch. Aber man sieht keinen einzigen Menschen. Nichts. So, jetzt ist das hier offen. Okay. Surgery. Chirurgie. Gehen wir rein. Da sollen wir uns hier für schreckliche Sachen eröffnen. Oh, das ist automatisch. Das sieht nicht gesund aus. Jack? Es ist der Garten, er ist tot. Was? Ein Schuss? Ich nehme einen Blick. Nein, ich glaube nicht, das war ein Schuss. Moment. Are you sure? Ja, ich denke so. Tag reads Richardson. Security Uniform. Okay. Now we know why security didn't greet you. Okay, haben wir jetzt einen höheren Sicherheitsschlüssel. Moment, da steht was. Das ist sein Video. Perimeter checks complete. Weather damage minimal. Most of the crew have already departed for center point. I'm still exploring the unexplained damage to the drill bay exterior door. However, given that storm season is upon us, I'm not concerned about foul play at this moment. Due to the damage, the door is offline for maintenance and I've asked Officer Hoskins to inform the residents to avoid any disruption. Okay. Wieder eine kleine Info halt, ne? Das war also nur ein Video, oder was? Da hat er Level 2. Okay, jetzt haben wir Level 2. Alles klar. Ja. Officer Taylor is not here. Well, what the hell is going on there? No idea. It's time we update Central. I'm on it. Mhm. Mhm. Na Zeit, Wurz, ey. Was ist hier los? Skalpell? The hell happened down here? Ne, das ist ne Knochensäge. Scheißen Dreck. Tja, so langsam wird's hier richtig ungemütlich. Okay. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass irgendein Scheiß kommt, was hier ist. Die kommen wahrscheinlich nicht raus. Ach du Scheiße. Da war jemand, nicht wahr? Jack, your helmet, get out of there now! Hey! I'm killing her! You need to get out of there now! Oh Scheiße, was jetzt? Jack, come in! Wer da hinten los? Jack, come in! Das haben wir gesehen noch vorhin. Was muss ich drücken, Mann? Hoppalee! Ich dreh doch! Jack, come in! Oh, great! Kommen wir jetzt rein, oder scheiße? Okay. Ich dachte mir schon, dass jetzt irgendein Shit gleich kommen wird. Was ist da los? Sehr gut, Junge. Small spaces, that's all they need. Shit! Vor allem, was war das für ein Typ? Der hatte eine Waffe in der Hand. Oxygen Level. Oxygen Level. Just keep going, Bro. Ah, okay. Jetzt habe ich es genau mal verfolgt, was die da sagt. Der Sauerstoff wird einfach abgedreht, um alles Leben zu töten. Verlieren wir hier schon Sauerstoff? Ich weiß es nicht. Oder ist das hier völlig unabhängig davon? Komm schon mal endlich das Ding auf hier. Komm schon mal. Puhh. 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 Ambulanter Patience. Oh, ich bin nicht sicher, ob es eine Katamination gab. Was bedeutet? Ich bin nicht sicher. Was? Puhh. Ja. Wahrscheinlich ist unser Helm gar nicht mehr da. Level 5 kommen wir eh nicht hin. Wir müssen noch oben, so oder so. Aber ich wette, unser Helm ist gar nicht mehr da, nicht wahr? Und dann wird es da hochkommen. Oh man, jetzt geht's los hier. Was ist denn jetzt los? Luftschleusenproblem. Fuck. Ja, jetzt läufst du schneller, ne? Fuck. Kommen wir überhaupt da hin? Boah. Du solltest dich beeilen. Wo ist der Helm? Wahrscheinlich nicht mehr da. Oder? Doch, er ist da. Kommen wir doch raus. Hä? What? Ähm, Moment. Da war wer? Man sieht nichts. What's happening? Who's that? Was ist hier los, Alter? Einer von Fort Solis? Doch, das ist die eine Britin. Die haben wir doch in den Videos gesehen, Leute. Scheiße, die wurde auch niedergestoppt. Aber sie hat doch noch gerade gegen die Tür geklopft. Da war noch was in, genau. Jess, wie viele Leute sind in Solis? Die Systeme listet sechs. Mining-Crews stoppen während der Sturmseize. Die da sind für die Forschung und Cycle-Maintenanz. Aber ist sie nicht von außen hier reingekommen? Was ist denn los, Jack? Du musst zu verlassen und es zu lassen lassen. Ich glaube nicht, dass wir hier rauskommen. Jess, ich kann nicht nur verlassen. Ich muss den Lockdown entfernen und die Sicherheitskameras abzunehmen. Ich kann durch die Gebäude das so ausprobieren. Das ist alles nicht gut. Das heißt, wir kommen gar nicht raus. Können wir hier raus? Ich muss mich schon. Wir müssen zum Bohrungshangar. Versorgungstunnel im Treppenhaus, alles klar. Ich meine, da drüben ist ja eh zu. Aber lasst mich mal kurz die Map trotzdem checken. Da ist der Bohrungshangar. Okay, das heißt im Level 1, 1 runter. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Über das Bad kommt man da nicht hin. Also irgendwie muss die Tür da aufgehen. Schauen wir mal. Wie will. So, wir sind jetzt hier auf Level 0, 1. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn ich jetzt auf die Map gucke. Ja, wir gucken direkt drauf. Wir müssten da runter. Aber ich glaube nicht, dass wir hier durch können. Doch, wir haben Level 2. Perfekt. Okay, das heißt, wir kommen wegen unserer Level 2 gerade sich jetzt doch durch. Jesus, wir sind hier. Ich muss gucken. So kommen wir zum Serverraum, falls es denn offen ist. Aber wir werden gleich sehen, ob es offen ist. Level 4 ist das, alles klar. Das kommt später. Gut, scheiß drauf. Wieder zurück. Okay, dann geht es also hier weiter. Shit, Alter. Diese Wartungstunnel sind schon ziemlich böse. Okay, bin ich da. Puff. Okay. Wir sind jetzt hier im Bohrungsarm oder wie das heißt. Was ist hier? Hier haben wir gleich mal einen Bohrer oder was. Solus hat hier schon seit Jahren geleistet. Es muss sich anfangen, seine Zeit zu zeigen. Ich denke, wir sind lange über das. Solid, das Vintage. Das Ding ist im Arsch. Nein. Ich wusste, ich sollte die Bottle mit mir nehmen. Was? Es ist nach der Mittwoch. Ich bin offiziell auf dem Weg. Okay. Hallo? Da steht X, aber wenn ich drücke, passiert nichts. Ich verstehe nicht warum. Hallo? Es reagiert nicht. Es reagiert einfach nicht. Das hier schon. Boah, ist das dunkel. Oh, schade. Oh. Diese Hand-Dryers. Da ist es. So ist es. Oh, da ist ein Poster. Na gut, nehmen wir es mit. Collectible. Nur diese andere Tür ist ja weird. Hä, warum reagiert die nicht? Ach so, weil er nicht konnte, weil wir das Ding nicht hatten. Hätte er mal ruhig mal was sagen können. Das ist auch so weird. Was zum Teufel ist das? Oh. Hier finden wir doch einige Sachen. Ist das hier ein Log schon wieder? Oder eine Sicherheitskarte? Level 3. Level 3. Geil. Das macht jetzt natürlich einiges möglich. Pflanze? Wieder so eine Pflanze. Ich checke überhaupt nicht, was hier abgeht. You can chain things. Don't give up. Alan. Okay. Diese Handschuhe sind irgendwie eigenartig. Why would they need these? Vor allem. Was ist das für eine Substanz da unten dran? Geben wir mal eine PC. Lieferung knapp. Wieder vom Tailor. Schon wieder Strahlenbelastung. Das ist wegen dieser beschädigten Hangartür wieder, die wir schon vorhin gehört haben. Hier haben wir... Ist das der Typ, der hier seine Quartier hatte? Ja, anscheinend. Mikro anmachen. Jetzt aber. Ich denke, das funktioniert jetzt. Mhm. Alles hier ist gebrochen. Surface Trips sind noch weitergegangen, obwohl die erhöhten Demand von Ellen. Was ist dieses Zeug? Das ist wegen ganz hier. Was machen die überhaupt? Morale around the team remains good, as the storm season approaches, most are looking forward to a break. The power outages here don't help, but we've done our best to manage. Kurz und knapp. Aha, Bora-Gelände. Vielleicht müssen wir da hin. Also wir können hier keine Türen öffnen. Okay, wir haben das nächste Video downgeloadet. Hier gibt's wahrscheinlich auch nichts mehr. Ich seh hier auch nichts mehr. Weiter geht's. Das ist der Hangar, den wir gerade gesehen haben. Fuck! Hat mich das überrascht. Beine erwischt, leider. Fuck, ey. Ich war da auf null gefasst. Boah, wie mies. Es ist so ruhig, die ganze Zeit. Boah, leck um hier. Jetzt haben wir ein verletztes Bein. Super. Ich hoffe, er holt sich irgendwie. Jack, was hat passiert? Was war das? Scheiße. Die ganze Zeit hast du nichts, sondern sowas. Okay, er läuft nochmal. War es defektiv? Ich werde es checken. Okay, check mal, ob die defekt war. Wahrscheinlich wurde es auf uns geschickt, oder nicht? Es scheint in der Arbeit. Zumindest war es. Okay, wir müssen höllisch aufpassen hier. Hier ist was. Was uns loswerden will. Guck ich mir mal um. Jetzt sehen wir vielleicht mal, was hier los ist. Was zum Teufel ist das? Was ist das, woran sie gearbeitet haben? Ist das wieder ein Log oder sowas? Ja, alle sind irgendwie so überlastet. Aber ja, er wollte halt nicht, dass ihr zu lange draußen bleibt, oder? So habe ich den Eindruck. Wegen euren Strahlenschäden. Und ihr wolltet unbedingt das Ding fertig machen. Aber was ist der Punkt hier? Hm. Wir kriegen das nicht auf. Scheiße. Okay. Jetzt hüpfen wir da drauf, oder was? Es sieht so aus. Es sieht so aus. Ich bin trab, Jess. Trab? Scheiße. Die Plattform ist blockiert die Tür. Ich kann es remote accessieren. Die Lockdown hat alle Exterieur-Bulk-Head-Türen gefeiert. Blocke die Blast-Türen. Ah, wenn nur. Ah, given wie die Nacht geht, ist das nicht die schlimmste Idee? Oder hast du deinen Helmet wieder rausgenommen? Oh, es ist auf. Und die Tür aufbrechen. Ich werde die Träume laufen. Schöne Nacht für einen Gehen. Schau auf, dass noch mehr hampft Plattformen. Nichts. Was hat er mit dieser Plattform vor? Will er sie irgendwo dagegen steuern? Naja, er nimmt nur die Energie raus. Zu. Und diese zu starten. Bringt uns das was? Ja, anscheinend. Okay. Und nun? So. Geht die Tür denn auf? Gott. Geht nicht auf. Es sieht aus, dass ich diese Tür manuell öffnen muss. Fucking shit. Wir werden garantiert beobachtet, tipp ich mal. Gehen wir mal da und machen das. Ja. Hä? Achso. Sich das System papieren. Alright. Das hat funktioniert. Okay. Okay, dann durch da. Nächste Tür, die blockiert. Da drüben sieht es irgendwie ungesund aus. Aber gut, wir haben unseren Helm ja Gott sei Dank auf jetzt. So grünliches Zeug, ey. Was ist denn das? Wir werden es wohl gleich sehen. Na, das Prinzip kennen wir jetzt. Und dann haben wir... Das kann nicht sein. Ist das irgendwie manuell noch? Ja, wir müssen auch hin, sehe ich. Aufdrücken, aber... Boah, da könnte was passieren, ey. Scheiße, er quetscht sich einfach nur durch. Die Sicht ist gut, sehr gut. Fuck, ist das jetzt übel. Der Wartungstunnel war ja schon schlimm, aber das... Ich glaube, es ist vielleicht nicht schlecht, neben den Gleisen zu laufen. Andererseits, wenn irgendwas passieren sollte, müssen wir wahrscheinlich wieder irgendeinen Atmen drücken. Die nächste Tür, die wir aufmachen müssen. Gott, ich habe Probleme, die Treppe zu finden. Okay. Und number... Three. Wir sind wohl draußen jetzt. Aber draußen Sturm und Strahlenbelastung. Was sollte das nur werden? Shit. Okay, wir haben hier mehrere Punkte, die wir anstellen können. Da können wir hoch, aber ich will erst dann mal gucken, was das hier ist. Das ist dieses... Storm Warning. Okay. Achso, Inhalt freigeschaltet, naja. Was ist das? Titans are so much bigger in person. Yeah, the name kind of gives it away. So eine Klugscheißerin, oder? Okay, da ist eine Leiter. Wird das gut gehen? Gab's ja nicht so mit Kletterpassagen. All this going on and no one has radioed for help. You buy in that? Usually not a good sign. What is going on here? Well, you did say you weren't ruling out zombies. Seen any? Not yet. Yeah, yeah, not yet. So, wir sind wieder oben. Okay. Waren wir hier? Ja, hier waren wir. The storage unit ahead is open. Okay, just get to the maintenance unit. I'm just gonna take a look. Mmh, genau so ist es. Warum gehst du da in? Es ist wirklich wahr. Und wir sind jetzt selbst so ein dummer Charakter. Der einfach so eine Kacke macht. Er hat einfach sein Ziel zu verfolgen. Aber irgendwie jetzt in der Situation kann ich es voll nachempfinden. Ich will wissen, was hier los ist. Oh, shit. Das ist der Typ. Tod oder wie der heißt. Oh, shit. Ich habe einen anderen gefunden. Der sieht gar nicht gut aus. Wir haben jetzt schon drei Leichen gefunden. Das ist unser Drill-Operationsmanager, according to the end. Ist der Typ aus dem Drill-Bey-Hanger vorhin? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Vielleicht wurde er gerade erst da reingeschafft. Ah, ist echt gefährlich hier, Mann. Okay, wo müssen wir verflucht nochmal hin? Das ist schon mies hier alles, ey. Aber wir müssen zum Ende kommen, langsam. Okay, das muss die Wartungseinheit sein, oder? Bin ich hier richtig? Ja, ich stehe davor. Das ist schon richtig. Mal sehen, ob es hier reingeht. Okay, wir sind wieder irgendwo drin. Was haben wir denn hier? Hier ist gleich mal irgendein Log oder sowas. Das ist unser Opfer. Das ist unser Opfer. Wie geht die Evolution? Her? Interessant. Was haben die hier gefunden? Na, mal sehen. Merkt mich doch mal. Warum ist alles hinter mir? Jump Scare. Aber das war nicht sehr. Moment. Er kann es wieder zumachen. Ich dachte schon. Und hier? Aha, der oben. Das ist wichtig, denke ich. Damit können wir wieder irgendeine Tür öffnen. Hier scheint nichts zu sein. Hier ist ein Computer. Der könnte ein bisschen Info wieder geben. Ich möchte echt wissen, was hier los ist. Helens Arbeit. Aha, Bedenken. Aha, das ist wieder dieser medizinische Offizier-Taylor. Ja, ja, ja. Naderi. Sicherheitsverkehrung. Okay. Terra Tools. Was zum Teufel? Ist das eine KI? Aha. Die Zugleine. Klemmt. Okay. Aha, Nick und Wyatt haben sich in die Haare bekommen. Meinungsverschiedenheit. Okay. Auskens. Der nächste, den wir kennenlernen. Hm. Keiner sagt, woran sie reden. Auf eine bessere Zukunft. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Überwachung? Keine Überwachung. Okay. Nein, sie haben definitiv einen Winch gemacht. Okay. Dann können wir nicht viel mehr machen hier. Okay, wir müssen bald zum Ende kommen, Leute. Ich will aber trotzdem nochmal schauen. Aha, was haben wir hier? Hey, wir haben einen Orbit. Ein Printer. Ja. Ein 3D-Drucker. Ja, sehr cool. Ziemlich groß. Oh, es ist eine andere Vibe. Okay, schauen wir nochmal, was es hier so gibt. Hier können wir es einsetzen. Gut, dass wir vorher gut geschaut haben. Sonst hätten wir wieder lang gehen müssen. Das ist hier wirklich schon bestrafend. Wie weit man hier mal laufen muss. Hier wieder dieses komische grünliche Zeug hier. Das ist schon unheimlich. Man hört nur diese blöden metallischen Schritte hier. Level 3. Okay. Weiter runter geht es eh nicht. Okay. Okay. Sehr dunkel in manchen Ecken. Was ist das? Mega. Warum machst du deine... Lampe nicht an? Hat er nicht gesagt, er hat eine Helmlampe? Es ist so dunkel in diesen Ecken. Der Generator sieht, wie er er ausgewertet hat. Ringen wir ihn an? Wie? Wie? Someone hacked the control panel and overrode security. Why would someone do that? No idea. Whoever it was, we obviously didn't want a record of anything. Security compromised, I'm unable to reboot the generator. I'm locked out. What about the other generator? It's been sabotaged. Das ist immer so richtig, ne? Das sieht gar nicht anders. Auch hier. Sabotaged. Keine Chance. Scheiße, weg. Ach, krumm. Man sieht sie trauen, aber sie gar nicht. Aber ich denke, wir müssen noch irgendwas tun. Fucker. Gar nichts kann wir tun. Moment, das ist doch dieser... Dieser komische medizinische Typ. Nein, ich denke mal falsch. Das ist furchtbar. Ich habe es jetzt jeden verpasst. Das ist so schlimm. Ich konnte gar nichts tun. Aber ich glaube, es wäre sowieso nicht abzuwenden gewesen. Fuck! Oh, diese Dinge sind so klein. Tauchen irgendwo auf. Und du weißt gar nicht was. Es ist alles immer anders. Ey, es ist wirklich anspruchsvoll. Ganz anders, wenn die Action-Buttons, die ich sonst so kenne. Also, puh, fuck. Was passiert jetzt mit uns hier? Jack! Ah, spielen wir jetzt hier? Komm in, Jack! Könnte sein, ne? Are you okay? Der ist meinem Arsch. Fuck. Das ist so eine Verarschung. In dem Moment. Remote Override. Du wurdest gehackt, oder? Was ist denn da passiert? Das ist nicht gut, ne? Dein Auto wurde stillgelegt. Eine schöne Nacht für einen Gehack, ich glaube. Fuck, was ist denn da passiert? Und die nächste. Also gut. Mitten in den Sturm hinein. Ist das ne gute Idee? I don't think so, mehr. Jetzt? Wozu denn überhaupt aussteigen? Wozu diente das? Ey, ich bin ein bisschen verwirrt. Tja, das dachte ich, die schnallt sich an, damit sie nicht fortgeweht wird. Fuck. Augen zu und durch. Okay, aber nicht jetzt, Leute. Wir müssen zum Ende kommen. Krass, Scheiße, was hier passiert. Okay, jetzt muss hier Jessica, Jack helfen. Tja, hoffentlich schafft sie das. So, dann enden wir alle hier in der Scheiße. Okay, Leute, das war's mit der Folge. Aber vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Würde mich freuen. Peace out. Bis zum nächsten Mal.